Mit Mausbewegungen Anwendungen starten Man hat zwar die meisten der installierten Anwendungen im Griff, dennoch vergehen immer wieder ein paar Sekunden, bis man eine davon gefunden und geöffnet hat. In einem Monat kann das in Summe zu einigen Minuten anwachsen. Und die kann man einsparen und zwar mit dem Tool Hot Corners. Ist es einmal installiert, genügt es, die Maus in eine Bildschirmecke zu bewegen, um zuvor festgelegte Anwendungen zu starten. Wechseln Sie zur Webseite sites.google.com.sites.programs4peers.hotcorners Suchen Sie den Download-Link und klicken Sie darauf. Wählen Sie im nächsten Dialog Datei speichern und öffnen Sie nach dem Herunterladen den Download-Ordner. Im Download-Verzeichnis suchen Sie nach der Setup-Datei hc222.0.exe und starten diese mit einem Doppelklick. Lassen Sie sich durch das Installationsprogramm führen. Sie können hier nicht viel falsch machen. Ist die Installation beendet, klicken Sie auf Start und suchen nach dem Eintrag Hot Corners. Klicken Sie darauf, um die Anwendung zu starten. Im Register Hot Corners können Sie für jede Bildschirmecke Aktionen festlegen. Zum Beispiel in der linken oberen Ecke die Systemsteuerung und in der rechten oberen Ecke den Ordner eigene Dateien öffnen. Links unten ließe sich etwa die Google-Suche aufrufen und über die rechte untere Ecke können Sie zum Beispiel jede beliebige Anwendung starten. Im Video wird zum Beispiel die Anwendung Audacity gewählt. Schließen Sie die geöffneten Fenster mit OK und probieren Sie es gleich einmal aus. Ziehen Sie die Maus in die linke obere Bildschirmecke, wird die Systemsteuerung aufgerufen. Rechts oben wird der Explorer mit dem Standardordner eigene Dateien geöffnet. Über die linke untere Ecke gelangen Sie zur Google-Suche und wenn Sie die Maus in die rechte untere Bildschirmecke bewegen, wird Audacity aufgerufen. Wir finden ganz schön praktisch dieses kleine Helferlein.